Immer frecher Jahr für Jahr, tönt es runter von der Bar, Blasmusik mal laut mal fein, das müssen doch die Lusburne sein. Schnallt euch an und spitzt die Ohren, heute seid ihr auserkoren mit uns zu feiern hier und nun. Ihr müsst wirklich nicht viel tun. Nehmt die Hände jetzt nach oben und fangt an mit uns zu toben. Der erste Streich heute wird famos. Auf die Plätze, fertig, los! Untertitelung des ZDF, 2020 Gegründet haben wir uns aus einer Bierlaune heraus. Daniel Burger und ich, wir kennen uns aus dem selben Dorf, kommen wir beide, haben aber in unterschiedliche Musikvereine gespielt und haben dann aber mal Lust bekommen, gemeinsam was zu starten und haben dann angefangen Leute und Musiker aus verschiedenen Musikvereinen der Region, also eigentlich aus dem ganzen Schwarzwald-Barbezirk und sogar bis in Hegau hinein. Dann haben wir einfach die Leute zusammengedrommelt und haben dann begonnen eine Probe einzurufen und danach haben wir gestartet Musik zu machen. Musik 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 Gestartet sind wir mit traditioneller Blasmusik, daher kommen wir auch alle, wir sind alle aus Dorfmusikvereinen, wir sind da groß geworden und dann haben wir einfach gestartet, unser Repertoire zu erweitern und einfach auch Dinge zu spielen, die uns persönlich nur Spaß machen von Pop, Hip-Hop, Rock, also die verschiedenste Stilrichtungen haben wir im Prinzip abgedeckt und das haben wir immer weiterentwickelt und habe jetzt quasi am Schluss so ein Programm, wo wir einfach dahinterstehen und sage, das sind die Bar-Molus-Gurben und das ist jetzt auch ein toller Abschluss, wie wir es heute haben. Auch, dass man, wenn Sie mir erzählt, wie jetzt heute Abend, wo das Alter wirklich bunt gemischt ist, von bis, dass wir die größtmögliche, die halfenden Leute einfach erreichen mit unserer Musik und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Musik Musik An unserem allerersten Auftritt, da ging es wirklich drunter und drüber, wir haben da alle Konventionen eigentlich gebrochen und dann war irgendwie klar, wir sind frech, wir sind irgendwie anders und dann kam sofort aus dem Publikum der Vorschlag. Tatsächlich, erster Auftritt, nach einer Stunde waren wir getauft, perfekt. Musik Musik Aktuell bestehen die Bar-Molus-Gurben aus 15 Lus-Gurbe und einer Lus-Gurbin. Musik Musik Als Funfact Wir hatten die letzten zwölf Jahre 15 Auftritte circa pro Jahr und umgerechnet auf die Zuhörer 150.000 erreichte Zuhörer und Zuhörerinnen. Und über das Radio haben wir sogar Millionen erreicht. Musik Dankeschön Musik Und die Körbe singen für mich Musik 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 Unsere Auftritte waren quer verteilt und alle Losgurden in Summe sind ungefähr zehnmal quer durch Deutschland gefahren. Von den Originalbauern und Losgurden sind noch fünf mit dabei und im Laufe der Jahre kamen immer wieder neue Fristen zu. Und die haben auch immer frischen Wind reingebracht, frische Ideen, frische Musikstile und das hat uns immer wieder neu gelegt. Uns erklärt in wenigen Begriffen. Hochklassig und chaotisch. Definitiv gute Laune. Fokussiert. Und immer mit einem Bier in der Hand. Vor allem, das war's. Das war's. Das war's. Thank you, thank you, for showing me how to love and live. Thank you, thank you, for teaching me how to take and give. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. That I no longer need to hide, cause you are me I never want to lose you, you've made my life complete My heart will always choose you, cause your love is oh so sweet